Wir haben hier Landstraßen, die Landstraßen und Möschungen, die meisten Möschungen haben zum Teil Leiterwürttel. Kein kurzer Baggerunternehmer konnte in der Kammerstraße diese Leiterwürttel vollbringen. Er ist zu uns gekommen, wir haben hier die Noten, der hat den Bagger auf die Strasse geführt, hat die Strasse aufgesiefert und die Kammerstraße aus, dadurch, dass er seinen Tieflöffel drehen konnte. Die Strasse wird seitlich in die Möschungen getragen. So, Ausflug ist verfüllt inzwischen. Wer sich wundert, dass dieser Universallöffel hinten abgeschrägt ist, das ist einfach deswegen, der ist natürlich optimiert für den Einsatz mit einem Tieflrotator. Und da ist es ganz angenehm, wenn du hinten abgeschrägte Kanten hast, weil dann weibst du sie so leicht hängen. Wenn ihr aber einen Universallöffel ganz regulär habt, den kriegt man Selbstbeständigkeit aufs Rennen. Ja, wenn es verfüllt ist, ganz klar, muss verdichtet werden. Dafür bieten wir Verdichterplatten unterschiedlichen Größen an, je nachdem, welche Maschine ihr im Einsatz habt. Super, vielen Dank. Die ist jetzt hydraulisch betrieben. Ich habe den Banker es nicht rausgeschrieben, um hier oben die Hydraulikleitung zu trennen oder wieder zu verbinden, sondern das geht dank dem Schnellwechselsystem, die Sie heulen, alles aus der Karriere. Das liegt ganz klar, Schnellwechselsystem. Nachdem der Nacht zum Schnellwechselsystems möglich. Um hier oben zum Schnellwechselsystem. Ich habe den Kanten B archaeanteen gesehen. Ich habe die Zeit aufs Rennen, wenn ich mir wieder überrascht habe. Das ist, was ich ganz klar. Ich habe eine Menge Ausinger her. Das war die Würde, das war die Worte gespricht. Und ich habe mich sehr wahrscheinlich schon überrascht. Sie sind hier oben, was ich doch ganz schönes �isha? Und ich habe mich viel zu haben. Ich bin sehr ruhig. Ich habe die Angeleitung. Ich habe eine ZWeische.